hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen testbericht von mir für euch und heute schaue ich mir wieder meine dashcam an die seht ihr hier das ist die r1 von zedge oder zedge wie auch immer ihr das aussprechen möchtet das gibt hier eine frontkamera und eine rückkamera also eine dual dashcam steht hier auch unten schauen wir uns jetzt mal die verpackung an was da alles so gibt also wdr das steht für wide dynamic range also dass die bilder nicht so ausbrennen wenn es zu hell oder zu dunkel ist dann 155 grad blickwinkel es gibt einen 2,7 zoll bildschirm loop recording ist möglich also loop recording sollte immer bei dashcams möglich sein ansonsten wäre es nämlich totaler reinfall das heißt dass die aufnahme quasi immer im kreis läuft das heißt ältere aufnahmen werden überschrieben wenn die speicherkarte voll ist dann gibt es eine motion detection also eine bewegungserkennung parking mode und wifi also eine wlan verbindung vermutlich das werde ich mir auch genau anschauen rückseite hier ist nichts auf der anderen seite auch nichts es gibt seitlich noch ein paar weitere daten also vorne front 2k auflösung hinten nach 1080p da werde ich wieder testaufnahmen machen damit ihr die qualität genau selber sehen könnt ihr das selbst beurteilen da muss ich da nicht viel zu sagen weil ihr seht es dann selber das hatte ich bereits erwähnt bildwinkel und so weiter es gibt einen integrierten g sensor motion detection hatte ich auch schon audio kann man auch aufnehmen und das war es ist eigentlich hier von der verpackung und ich werde euch im laufe des videos alles detail zeigen aber jetzt schauen wir uns erstmal das unboxing an wer es überspringen will kann unten eben die kapitel punkte dass ich dadurch klicken das ist hier der inhalt erstmal nehme ich hier oben das heraus da ist die kamera drin das nehme ich direkt und lege es nach der seite und dann holen wir erst mal den rest hier raus so sieht das ganze nämlich aus hier ist wieder so ein spachtel dabei da können wir das ganze dann entfernt zum spiel leichter unter den saugnapf zu kommen wenn man zum spiel keine fingernägel hat dann gibt sie wieder so ein verlegeset und das sind solche kleinen klebbaren kabel clips da kann man ihnen dann das kabel verlegen hier simpel und effizient des weiteren gibt es dann hier als nächstes einen zigarettenanzünder adapter ja für den strom den seht ihr hier der wird den zigarettenanzünder gesteckt und da wird die kamera mit strom versorgt es gibt hier zwei anschlüsse usb anschlüsse also wir brauchen da nur ein das heißt wir könnten noch was anderes anschließen ok dann hier noch eine dankeskarte die anleitung die gibt es hier auch wieder in verschiedenen sprachen ich schaue da gerade mal rein und zwar hier auch auf deutsch damit ist alles bebildert wird alles beschrieben recht übersichtlich werde ich mir als nächstes direkt hier nach dem unboxing genau durchlesen saugnapfhalterung für die scheibe das heißt das wird an die scheibe gemacht dann wird das ganze hier gedreht dann saugt sich das an hier unten haben wir noch so eine kleine lasche zum abnehmen und bewegbar ist das auch hier also ein gelenk nach oben und unten werde ich euch aber auch noch genau zeigen und im laufe des videos demonstrieren gibt die anschlusskabel gibt es natürlich auch erstmal hier usb micro usb kleines kabel für den anschluss an den pc dann wahrscheinlich das hier ist ein längeres kabel hier von micro usb auf usb vermutlich für die frontkamera und dann noch ein extrem langes kabel werde ich auch noch vermessen hier für die rückkamera denn ich habe bereits erwähnt hier ist so eine rückkamera dabei die kann man auch hier ist so ein rädchen das schraubt man auf dann kann man das ganze hier auch im winkel verändern und hier ist eben dieser anschluss so wird eben die rückkamera dann angeschlossen und das ist ein klebebett das kann man also oder muss man an die scheibe kleben außer er wollte irgendwie anders befestigen das geht man hinten eben an die scheibe die man das rad hier dementsprechend anpasst das habe ich abgeschraubt zu weit schrauben darf man das natürlich nicht da ist eine metall schraube drin und dann kann man das eben hier an der scheibe positionieren hinten wie das alles aussieht und im winkel das werde ich auch noch genau zeigen zu guter letzt gibt es dann noch die dashcam die sehen wir hier hier vorne ist noch eine schutzhülle drauf die werde ich auch noch entfernen also den schutz auf dem objektiv auf der rückseite am display ist auch so eine schutzfolie noch drauf die lasse ich vielleicht sogar dran ist so als kratz schutz gar nicht schlecht dann gibt es auf der seite hier vier tasten zur steuerung lockt hast du runter und okay das sind mechanische tasten zum drücken seitlich an aus taste reset taste unten hier der slot für die saugnapf halterung also das wird er nachher eingerastet werde ich auch noch zeigen usb anschluss 1 usb 2 ist auch genau markiert also hier steht usb und da steht hier eine kleine videokamera also man muss die videokamera hier anschließend rückfahrkamera nicht dort ansonsten ein gibt es noch einen sd kartenslot ist wichtig ich fast vergessen die nimmt natürlich auch von sd kartenslot auf den seht ihr hier und das war es jetzt eigentlich auch schon vom unboxing die kamera saugnapf halterung die rückkamera die kabel die wir dafür brauchen zigarettenanzünder spachtel kabel clips und natürlich die anleitung das war es jetzt hier auf jeden fall vom unboxing und im laufe dieses videos werde ich euch jetzt hier alles ganz genau zeigen ich werde testaufnahmen machen die gibt es dann wieder in einem separaten video ich werde euch aber auch noch das menü zeigen hier alles vorstellen wie sich das hier im winkel bewegen lässt wie das ganze montiert wird und so weiter und dies und mehr gibt es jetzt wie immer im anschluss im mega testbericht die kamera und die montage schauen wir uns die kamera jetzt noch mal im detail an es gibt eine frontkamera und dann die rückkamera die mit der frontkamera verbunden wird das bild der rückkamera können wir dann auch auf dem monitor anzeigen lassen es gibt quasi drei modi nur die frontkamera nur die heckkamera oder beide also picture in picture angeschlossen wird alles wieder einen zigarettenanzünder das ist bei autokamera so üblich und hier liegt ein zigarettenanzünder adapter von zigarettenanzünder zu zweimal usb bei seitlich befindet sich ein sd kartenslot für sdx 10 bis zu 256 gigabyte kapazität eine 64 gigabyte karte reicht zum beispiel für um die zehn stunden video material das reicht doch vollkommen aus auf der gegenüberliegenden seite dieser sd karte sehen wir dann den power knopf auf der unterseite befindet sich ein slot für die saugnapf halterung zum reinschieben und dieser slot passt im übrigen auch in die halterung der z edge t4 direkt daneben sehen wir den usb anschluss für die rückkamera und das kabel ist hier allerdings ein anderes als bei der t4 der micro usb anschluss der frontkamera dient zum anschluss über den zigarettenanzünder adapter neben dem 2,7 zoll display befinden sich die tasten für die menü führung das zeige ich euch aber noch genau in einem separaten video wichtig ist hier aber auch dass wir den monitor während der fahrt ausschalten können über den menü settings dass der nicht stört das kabel für den anschluss der frontkamera ist um die 355 zentimeter lang und das für die heckkamera sogar 400 zentimeter dies reicht beispielsweise in einem vw turan mehr als aus für die organisation der kabel liegen auch noch sechs kabelklemmen bei generelle tipps zur montage bei autokameras habe ich in einem separaten artikel festgehalten link unter dem video schaut da auch mal rein die frontkamera wird mit einer saugnapf halterung befestigt und sie lässt sich drehen und auch kippen mehr braucht es eigentlich nicht für die justierung die heckkamera lässt sich kippen und auch das reicht aus wenn wir sie mittig an der heckscheibe montieren und die heckkamera wird mit einem klebepad direkt auf die scheibe geklebt die rückkamera scheint hier die gleiche zu sein wie bei der t4 die halterung ist auf jeden fall die gleiche und auch äußerlich wirkt die kamera gleich das menü das komplette menü zeige ich euch in einem separaten video link in der video beschreibung die app die komplette app zeige ich euch auch in einem separaten video link in der video beschreibung testaufnahmen testaufnahmen die testaufnahmen gibt es hier auch wie immer in einem separaten video und den link findet ihr auch wieder unter diesem video mein fazit die r1 war besonders interessant weil das die preiswerteste duale dashcam ist die ich bis jetzt gesehen habe und mit duale dashcam meine ich dass sie über eine front und eine heckkamera verfügt im sale lag der preis bei 60 euro der normale uvp ist 100 euro die konfiguration ist einfach und es gibt eine app der app ist auch übersichtlich die kartenfunktion ist aber scheinbar nur auf china begrenzt ob es da ein update geben wird weiß ich jetzt nicht die kamera hat kein gps integriert bei der app wird nämlich das gps des handys genutzt zur bildqualität verweise ich hier auch wieder auf die testaufnahmen denn da sieht ihr dann alles und könnt das selbst beurteilen beziehungsweise könnt selbst entscheiden ob euch das ausreicht das bringt deutlich mehr als wenn ich jetzt hier über die bildqualität philosophiere um im fall eines unfalls den vorgang nachvollziehen zu können reicht das aber auch vollkommen aus und das ist eigentlich auch der sinn dieser dashcams ich habe euch jetzt auf jeden fall alles gezeigt ihr wisst was die kamera kann wie die aussieht und ich empfehle euch auf jeden fall den hauptartikel zu lesen den ich auch verlinken werde denn da sind alle informationen nochmal gesammelt das war ein weiterer ausführlicher dashcam test von mir für dich und ich hoffe er hat dir weiter geholfen den link zum testartikel zum produkt sowie die videos zu den testaufnahmen der app und dem menü findest du unter dem video in der video beschreibung wenn ihr das video weiter geholfen hat dann freue ich mich über ein like ein abo oder einen kommentar ich bedanke mich fürs zuschauen das war es jetzt auf jeden fall von mir ich bin raus und wir sehen uns im nächsten video video